Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. In diesem Vlog geht es heute Richtung Düsseldorf. Es ist zwar nicht so schönes Wetter, aber dennoch hat Auto Wilde eingeladen und was wir dort erlebt haben, das seht ihr jetzt. Die NRW ist Straßen-Chaos-Land Nummer 1, deswegen knapp zwei Stunden später ist in Düsseldorf angekommen. Wir sind jetzt eigentlich nicht mehr just in time, sondern schon zu spät. Wir laufen jetzt erstmal weiter, haben eingecheckt hier und gucken mal was der Abend so bringt. So, jetzt bin ich gerade mal nach draußen gegangen, drin ist es noch ein bisschen laut, deswegen könnt ihr mich hier draußen am besten verstehen. Aufgabe ist es heute und zwar neben dem OFB noch einen anderen Grill zu bauen. Es wurden jetzt zwei Teams gebildet und die dürfen jetzt halt, ich sag jetzt mal, einen Grill neben dem OFB noch mal selber bauen. Deswegen es wird handwerkliches Geschick gefragt und versuchen wir da jetzt mal was herauszubekommen. Ja, ein, zwei Grills habt ihr jetzt schon gesehen. Das ist jetzt hier einer von unserem Team noch da hinten der Accuidrum Smoker. Ich versuch mal, ob ihr mich versteht. Der, der da hinten steht, dann haben wir jetzt auch da damit zusammengebaut. Ist jetzt soweit alles fertig? Ja, und jetzt gucken wir mal, wie der Teil so weitergeht. Also der hier funktioniert auf jeden Fall schon mal. Der ist halt sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Relativ simpel und aus einer, ja, Flampe muss man ganz ehrlich sagen. Robi ist fertig, außer der Griff. Ja, weiß nicht. OFB Deluxe hast du auch beschrieben. Genau. Was meinst du? Ja, ein Griff fehlt jetzt noch, ne? Ja, den wussten wir noch nicht. Ja. Aber dann wird das ein richtig geiles Teil und dann gehen wir in Serie damit, dann läuft das. Ich finde es schon ziemlich cool, was wir hier nachher von so kurzer Zeit zusammengebastelt haben. Genau, finde ich schon richtig geil. Geiler Haufen und dann läuft das Ganze. Richtig, würde ich nur wie auch sagen. Erzähl mir jetzt, was hast du gemacht? Ich habe hier ein kleines Schild gebaut mit den Kürzeln. Otto, ich mache mal meine Hand dahinter, dann sieht man das besser. Und dann F und ein B. Genau. Und gerade eben hast du Ärmel geschüttelt, oder? Richtig. Sehr komadig und so. Ja, das war's jetzt vom OFB-Treffen hier in Lüsseldorf. Ich muss halt mal wirklich nochmal Danke sagen für die Anlagen. Bin ich gerne nachgekommen, hat super viel Spaß gemacht. Auch das handwerkliche Geschick halt wirklich an Mann zu bringen, beziehungsweise zu zeigen, was wir da jetzt halt wirklich gemacht haben. Und kommen wir zum Ende zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video. Und für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf www.todiaswild.de. Bis dahin.